Was haltet ihr von solchen Plüschtierchen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wollte, Schiengudry, sorry. Ich muss mir was erzählen. Traurige Geschichte. Also ich muss mir was beichten. Traurige Geschichte. Also ich weiß schon, dass irgendwie, das, das häuft sich jetzt langsam, dass ich Scheiße baue, aber diesmal habe ich echt Scheiße gebaut. Warum? Und zwar, wir haben dir Plüschtier erspielt. In so einem Automaten mit so einem Gleifern. Wir haben ihn Monschi genannt. Das war so ein Pinguin mit so Kopfhörer. Und wie viel habt ihr reingestellt? Auf jeden Fall, Monschi ist dann auf seinen ersten Flug gegangen. Hierher. Und? Wir haben Monschi genannt. War so ein Pinguin mit so Kopfhörer. Im Flugzeug ist er geblieben. Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen. Oh, duke! Wir haben viele Fotos, das war unser Reisemaskott hier. Das könnt ihr mir dann zeigen. Und wie viel habt ihr reingestellt? Einmal. 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 Unser. Die Kunde haben sie das so. Wir haben es beim ersten Mal geschafft. Ich habe da 50 Euro verspielt. Haben wir gesagt, dass man da ewig viel verschafft hat. Ich habe meine Freundin nur einen. Aber wir können mal bei der Airline anrufen. Vielleicht haben sie ihn noch. Ich glaube es nicht. Aber ich glaube es. Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen. Ich versuche es nochmal. Ich spiele hier nochmal einen. Genau. Oder wir machen nochmal ... Oder wir machen toll gutällen ... oder,... ... Vielen Dank.